Denn in dem Bildschirm kommt man nur, wenn man spielen kann. Season! Eine neue Season hat bekommen! Oh nein! Na gut. Das einzige, was ich schade finde, dass es eine neue Season gibt, die alten Sachen aus der ersten Season sind dann wahrscheinlich nicht mehr zu holen. So, Fluch Osiris ist live. Läuten die das jetzt immer an? Gibt es dann nur drei Seasons, obwohl es müsste eigentlich vier Seasons geben? Hm, bin ich sowieso mal gespannt. Mein Clan hat heute noch nichts gemacht. Aber das ist normal, vielleicht kriege ich trotzdem Belohnung. Alles klar, ich wünsche dir viel Spaß bei Osiris. Der Merkur! Yeah! Da will ich hin! Aber vorher, vorher gehe ich nochmal hier Turm. Ach ja, und vielleicht sehen wir uns im Spiel, Olympik. Wenn du einen Mitspieler brauchst, mal sehen, wer da ist. Aber Story-Technisch genieße ich meistens erst mal gerne alleine. Es sei denn, Clan-Mitglied fragt. So, ich freue mich richtig drauf. Und heute kam auch meine neue Mikrofonspinne an. Das heißt, mein Mikro steht endlich mal ordentlich vor mir und wackelt nicht so rum. Vielleicht habe ich noch eine bessere Soundqualität heute mal. Ich weiß es ja nicht, morgen hole ich dann noch von der Post das andere Zeug, was ich bestellt habe. Denn ich habe ja so einen scheiß Mikrofonständer, der mir in meinem Gesicht rumbaumelt. Und ich hätte gerne einen Tischständer und den hatte ich mir bestellt. Und der ist auch da, aber auf Post. Weil ich nicht da war, weil ich arbeiten musste. Aber macht ja nichts. Hole ich morgen von der Post ab. Erstmal hole ich mir von Tess. Ich hoffe, dass man wirklich altes Zeug noch bekommen kann. Das wäre so nice, wenn man wirklich altes Zeug, so Retro-Zeug noch bekommen kann. Aber ich glaube nicht. Denn es gibt neue Engramme. Neue Lootboxen. Warte mal, ich muss erst mal gucken. Gibt es altes Zeug? Naja, das ist das falsche. Altes Zeug. Alter, was ist das dann? Will ich haben. Alter, dieses Schiff ist so geil. Was zum Teufel. So, erst mal gucke ich mal, gibt es die alten Gesten? Ne, es gibt wirklich nur neue Gesten. Boah, geil, das will ich haben. Ich weiß schon warum. Ja. Diese Geste will ich auf jeden Fall. Heißt es, das alte Zeug ist nicht mehr vorhanden? Oder kann man das anders bekommen? Das finde ich aber ein bisschen doof, weil... Alter. Diese Shader. Sind mehr als vierfarbig? Oder sie... Ne, das ist nur noch... Ich dachte schon, die wären mehr als vierfarbig. Das sah so aus, als wären die... Ah, sechsfarbig. Goldwüstig. Guck mir mal die neuen Sachen an. Boah. Sind auf jeden Fall... Nice. Das ist bestimmt ein Shader, der mir gefallen wird. Das sehe ich schon am Lila. Ja. Ich bin auch auf die neuen Sachen gespannt. Spiegelbild-Effekt gibt dein Teleport-Effekt einen Osiris-Look. Oh, und die Geister. Mitternachtssonne? Es gibt Ornamente für Rüstungen jetzt. Boah, und dieses Schiff. Vor allem dieses Schiff. Das ist ein Segel von Osiris. Oh, das ist zwar nur so ein 0815 halt hier Schiff. Aber das hier, das sieht geil aus. Boah. Okay, ich sollte wirklich jetzt die Seasons ernst nehmen, weil ich will wirklich... Ich denke zwar, dass alter Loot irgendwann wiederkommt, aber ich kann... Ich kann nicht mehr alles haben. Die Glanzendkramme sind jetzt anders. Und jetzt etwas, was ich mich frage, gibt es dann auch komplett neue Rüstung? Ich gucke erstmal bei Zawala. Zawala, unser Mann. Er hat wirklich komplett neues Rüstung-Set. Und nein, das sind nur Ornamente. Wie geil ist das denn? Ansonsten hat er wirklich... Warte mal. Ja, wie geil. Jede Rüstung bekommt Ornamente. Oh, ist das schön. Weltausrüstung. Vergangene Saison. Das heißt, man bekommt wirklich Vergangen... Warte mal. Das ist... Ja, das sind halt die Sachen, die... Kann man auch bekommen. Vergangene Saison halt, ne? Die zu keiner Gruppe gehören und aus legendären Entgrammen vergangenen Saisons stammen. Ah, und es gibt auch noch... Ich gucke jetzt aber nicht alles neu an. Ähm... Aber ich folge doch mal diesem Signal. Ich bin mir sicher, dass es mich zu Clan führt. Ja, vielleicht auch nicht, aber... Es könnte sein. Es führt mich zum Clan. Aber das Zeichen ist anders. Ihr Hüter steht voll auf Symbole, oder? Warlock, Titanen, tote Orden... Clan-Banner. Keine Ahnung, wie euch das alles macht. Was ich meine? Bekomme ich jetzt keinen Clan-N-Gram mehr? Nein. Wir haben keins, ne? Ah, ich sollte wirklich mehr spielen. Aber ich werde mit einem Charakter erst spielen. Also ich will meinen Warlock und den Titan vielleicht noch. Aber der Jäger, der wird sowas von untergehen. Vielleicht lösche ich den auch irgendwann. Obwohl, ich kann mich nicht vom Jäger trennen. Vielleicht kommt der irgendwann noch einen geilen Fokus. Aber momentan gefällt der mir gar nicht, so wie der ist. Der hat mir früher mehr gefallen. Weil der Schattenbogentypen da, der ist schon nice, aber... In Vergessenheit geraten. So, dann würde ich mal sagen, genug von dem ganzen Driss. Fluchte Stosiris, schließe die Mission, der Eingang, auf dem Merkur ab. Und ich würde mal sagen, lehne uns zurück und genießen die Sequenz. Also ich würde erstmal mal hier gucken. Kurz. Es gibt nämlich jetzt die heroische Strike Playlist. Das wollte ich sehen. Und ich warte immer noch darauf, dass man... Ah, das muss ich irgendwann mal machen. Ich kann das ja machen. Dämmerung und dann... Ja. Vielleicht kann ich es auch nicht machen. Aber mal sehen. Oh, schließe drei heroische Strikes ab. Ist jetzt auch für eine mächtige Ausrüstung. Das heißt, man bekommt einmal mächtige Ausrüstung mehr. Ja. Auf das unser Licht auch wieder höher wird. Als die Rotlegion attackierte, verloren wir fast alles. Nur ein Wunder konnte uns retten. Das Erwachen des Reisenden. Dies ist unser Neuanfang. Die Karten sind leer. Es gibt keine Regeln mehr. Alles, was wir wissen, ist, dass wir mehr werden müssen, als wir waren. Diese kleine Ecke im Kosmos ist der einzige Ort, der für immer unser ist. Und das Universum schaut mit gierigem Blick auf uns. Wir haben bewiesen, dass wir Gefahren von jenseits der Sterne besiegen. Doch nun regen sich Dinge unter unseren Füßen, die vom Licht des Reisenden provoziert werden. Unser Krieg hat erst begonnen. Grücher authority ist bei uns nach oben auf den Weg. Soviel geht es mir unterschät. Ein Gefühl, Gott kinesisch. Das war's für heute. Müdigkeit lenkt vom Wesentlichen ab. Genau wie Beschwerden. Oh, ich hab noch gar nicht losgelegt. Autsch! Jetzt bin ich grantig. Konzentrier dich, Sagira. Seid nach den Sternen, Großer. Na, Lafazil! Brauchst du Hilfe? Schon wieder? Geht schon, danke. Nun? Osiris? Was hast du gesehen? Warte mal! Warte, ich lach mir nicht. Warum bist du? Los! Links von dir. Zwei Uhr mittlere Distanz. Gern geschehen. Weißt du, uns stehen alle Realitäten offen. Und doch suchst du dir immer dich aus, in denen auf uns geschossen wird. Hier können wir nicht bleiben. Sollten die Wechs erfolgreich sein, ist alles verloren. Sagira, er kann dein Licht sehen. Du musst weg. Was? Ne, nicht ohne dich. Ohne mich gibt's kein Zurück. Wenn ich die Wechs nicht aufhalte, spielt das sowieso keine Rolle. Ich mach das für uns beide. Ich mag es ja nicht zu tun, Osiris! Was? Ohne dich ist das? Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, war ein Witz.